Hi, herzlich willkommen zurück mit jemand vorgeschlagen, ich sollte mal mit Obi-Wan gegen General Grievous kämpfen und schaut euch den einfach mal an. Alter Verwalter. Hat der vier Lichtschwerter? Ernsthaft? What the hell? Wir haben die Dissen hingekriegt. Alter, der zerfickt mich doch. Gut. Starten wir doch einfach mal. Leitzeit. Und los geht's. Mal gucken, ob ich ihn irgendwie mal irgendwie besiege. Alter, der hat echt vier Lichtschwerter. Krass. Gut, los geht's. Haha. Ob ich den irgendwie besiege, ich weiß es ja nicht, weil der hat echt so viele Lichtschwerter. Ich bin wieder auseinander. Boah, hab ich ihn umgekickt hab. Das könnte ein langer Kampf werden. What the fuck? Er tritt mich. Wow. Wow. Hohoho. War jetzt vielleicht nicht so schlau, dass ich jetzt gesprungen bin. Das war schon episch. Was ist das? Oh, er tritt mich schon wieder. Oh. Holy shit. Scheiße. Nein. Na. Du kannst nicht deinen Stil ändern, deinen Lichtschwerter-Stil, wa? Oh, beinahe wäre runtergesprungen. Das wäre geil gewesen. Scheiße. Er hat mit Sicherheit noch nicht viele Leben verloren. Oh oh. Was mach ich da? Oh, ich bin doch verrückt. Das war jetzt selber Schuld. Okay, ich hab ihn. Aber nur weil der jetzt sag ich mal im 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 Duell jetzt nicht der übelste Pro war. Aber da das jetzt ein bisschen langweilig wäre wenn das jetzt nur aus so einem einfachen Kampf bestehen würde machen wir das einfach ja machen wir mal Rollentausch. So und zwar Load Map wir machen jetzt Utapau ja ganz normal das war halt nur die Landeplattform und jetzt spiel ich mal General Grievous mit den Fehlichtschwertern das wird auch cool, ja? Einfach ja, weil es sonst relativ stumpf und langweilig wäre. Spawnen wir den jetzt hier einfach mal. Change Character hier gibt's den noch auch, ne? Den jetzt noch nicht oft gespielt gehabt. Wo ist er denn? Kann ich den gar nicht spielen? Achso, warte Das sind alle Sith Lords Ach, ist doch gar kein Sith Lord Ach, hier ist er Imperial Forces So Ich hab aber nur zwei das ist ein bisschen unfair der hatte vier Oh, der sieht so cool aus Aber er kann leider nix aber er hat bestimmt übelst er macht übelst Schaden mit Sicherheit irgendwie Dark Side Game Pause Obi-Wan Episode 3 Gibt's wohl nur den hier Stört mich aber nicht So, dann also noch einmal Episch wie es ist Wie gesagt ihr könnt mir wieder Kampfvorschläge in die Kommentare schreiben Scheiße Ich freu mich drauf Weil mir gehen auch langsam die Ideen aus und ich muss mich ja schon immer von euren Kommentaren aus bedienen Ah, der ist gut Ich hab jetzt leider die ganzen Machtfähigkeiten nicht Komm ich nämlich auseinander Aua Hoho Nice Aua Was macht der Oh, was Du kannst Kann ich nicht Ich wollte gerade auch schmeißen aber kann ich nicht Komm her Ja, der hat gesessen der Schlag der war cool Nice Er macht doch gar kein Schutz oder irgendwas Was sich mich ein bisschen verwundert muss ich euch ganz ehrlich sagen Aua Jetzt macht das Gott, meine Leben Ich kann mich auch nicht heilen Das ist das Blöde Deswegen muss ich irgendwie was versuchen Autsch Okay, hat nicht getroffen Boah Aber General Grievous ist echt nicht schlecht Kannst nichts gegen sagen Wir halten noch relativ viel aus Ich hab das Gefühl wir haben ihn gleich Oh, scheiße Komm schon Mit General Grievous ist Ich hab's irgendwie das Gefühl es ist es ist schwieriger als wenn du jetzt Obi-Wan spielst Aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich Er hält relativ viel aus Das ist eigentlich ganz cool Komm schon jetzt skrippier doch Alter ich glaub das schaffen wir nicht Ich hab noch 5 Leben Müssen wir gleich nochmal versuchen Na der Ja der kann sich auch heilen Scheiße Gut Dann also noch einmal Ich will das schaffen Warte mal falsch gedrückt Wir kämpfen diesmal unten Ja es ist echt also es ist nicht so einfach mit dem Oh Ach stimmt das ist ja ganz Uta Pau Sehe ich gerade Ja Ja gut Dann kämpfen wir mal hier Der muss doch irgendwie zu besiegen sein Aber der hält voll viel aus Das hat das Das blöde So Pass mal auf Darkside Und nun werde ich die Gamepause beenden Komm her Alter Vielleicht schon so viel Leben verloren Das gibt's doch nicht Und selber hab ich denen noch nicht wirklich Schaden gemacht Komm her Er wartet Alter Gibt's doch nicht Aua Ich stelle mir das Wenn ihr das mit Freunden schließt Das ist ja Äh Wie nennt sich das nochmal Night of the Force Heißt ja der Mod Ne Ich stelle mir das so vor Wenn man den Server aufmacht Und das dann mit Freunden Spielt so Duelle macht Dann kann ich mir das schon Dann stelle ich mir das schon Richtig cool vor Ich hab das nochmal mit nem Kumpel gemacht Das hat sich Battle Time genannt Da hab ich gegeneinander gekämpft Da haben wir gegeneinander gekämpft Müsste auch mal auschecken Ist auch ein cooles Format gewesen Keine Ahnung ob es irgendwann weiter geht Aber das wär so Das wär so echt cool Wenn man so Kämpfe aus dem Film So nachstellt Holy Shit Aua Scheiße Ich hasse das Wenn er das macht Ich hab aber das Gefühl Den Kampf Den gewinnen wir auch schon wieder Nicht Den Einkampf Gegen General Grues Den haben wir auch nur gewonnen Glaube ich jetzt einfach mal Weil wir ihn auch Im Duell Gesiegt haben Im Lichtschwertduell Sonst hätte das mit Sicherheit noch ein bisschen was länger gedauert Oh grad war der so ungedeckt Hätte ich ihm so schön viel Schaden machen können Komm schon Ganz oder gar nicht jetzt Oh scheiße Nur wieder 5 HP Oh Ich glaub die Den Kampf verlieren wir auch Das ist halt schwer mit General Grievous Ja also Durch sowas gewinne ich jetzt Nur ich hätte jetzt nicht gedacht Dass ich jetzt noch gewinne Aber so im Lichtschwertduell Ich meine das gilt zwar auch Aber Das ist schon schwer auf jeden Fall Grad mit General Grievous Holy shit Hä wie cool ist denn das Bitteschön Ach wir fahren jetzt hier Zu Zu dieser Landeplattform ne Hab ich auch noch Ich hab die Karte Hab ich nie wirklich gespielt Oder Wohin geht's jetzt Hä lol Na gut das war's Das war jetzt Weiß ich nicht Wir haben schon gewonnen Ich könnte ja theoretisch jetzt Obwohl Wir machen noch Wir machen Wir machen noch einen Kampf Warum denn nicht Äh Das ich hab zwar gewonnen Aber Vielleicht krieg ich den ja auch So irgendwie down Wo sind denn wir jetzt Man spawnt immer woanders ne Gut Also einen Versuch Mache ich jetzt noch Wenn ich schon mal dabei bin Wenn ich das schon mal aufnehme Dann kann ich das doch jetzt Immer ganz wahr Hier So Wie ich ihn genau da drauf gesetzt Hab das ja witzig So los geht's Ich geb jetzt alles Scheiße jetzt kassier ich Komm schon Zack Aua Er springt einfach in den Tod Ich glaub's ja nicht Was ist denn das für ne Was ist denn das für ein blöder Kack gewesen So nochmal Also er wollte Wollte gar nicht gegen mich Kämpfen Hat sich am Umbau Hat sich so gedacht Nö Mach ich nicht Ah cool Jetzt kämpfen wir hier drin Die Location sind Sind immer echt cool Finde ich Ich hab jetzt auch nur Uta Pau genommen Weil es halt einfach passt Na Gut Ey Ich bin nicht in deinem Team Bin gegen dich Mein lieber Freund Oh das hat gesessen Oh das hat gesessen Lass auf Das hat jetzt bei mir gesessen Ja wir beide haben schon Ja hat Spaß gemacht Mal so viel zwischendurch Dieser Wind war ganz cool Und danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Tschüss Und das hat gesessen Wie geht es denn das für ein blöder Ich bin nicht in deinem Team